Da war ich ewig nicht mehr, da war ich ewig nicht mehr geil. Aber ihr könnt euch schon mal dran gewöhnen, an die Stand hab ich nicht. Ne, dann hab ich wahrscheinlich noch nicht in die Quest dafür gemacht oder so. 300 mal irgendwas drücken oder so. Ja ja genau, musst du bunten nebendrücken, das mach ich auch nicht. Der Wächter im Wächter, Wunde am Wächter. Kann der Kunde bitte mal die bunten nehmen? Da geh ich aus der Gruppe Willi. Heute wieder Superaktion, heute Hammeraktion. Über dich freue ich mich am meisten. Da weiß ich schon gut. Ich gebe es einmal und dann werde ich die wahrscheinlich nie wieder kriegen. Wir waren FG-Frontma und ich habe einen Troll kited und ich komme zur Gruppe und er sagt, okay Quark, kannst kommen. Ich sage, okay passt, dann bleibe ich stehen und ich nehme an, dass einer von den fünf Waffen, bis die mit waren oder der Wächter den abschreit. Nein, er haut viermal auf mich ein, keiner heilt mich und ich sterbe und dadurch schreist man ab. Ich meine, ich kriege einen Zorn, glaube ich. Wirklich, da bin ich recht aggressiv. Geht der Boss? Ja, irgendwas mit Wunden und die kleinen jetzt, mein Target oder so. Man darf keine Verderbtheit nehmen, oder? Ja, keine Verderbtheit nehmen. Das steht aber gar nicht mehr. Wenn du dann an der Fläche stehst, dann kriegst du die Wunde ab. Also alle jetzt gerade. Okay. Die Wunden bitte, der Kunde, mal die Wunden nehmen. Ja, in deinem Zimmer, weil du ja heiler bist, einfach der Rest. Das steht dann nicht mehr mit den Verderbtheit nehmen. Vielleicht haben die es weg gemacht oder so. Ich weiß, ich sehe auch nichts mit Verderbtheit, aber... Nee, nee, haben sie nicht mehr gemacht, damit du einfach Stärke mit Verderbtheit nimmst. Okay. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, danke, dass du dich selber gehalten hast. Mach ich manchmal. Aber nur sehen. Pass auf. Sollen die kleinen zuerst er klauen? Ja. Ja, ja, die kleinen. Oh, die sind echt gleichzeitig runtergegangen. Ja. Das spricht für mich. Ja. Das läuft da wieder durch die Gegend. Ja, wenn ihr ihn hier... Ach, man die ganze Inventar hier vorne hat, hat ein Cap-Loop hier. Die ganzen Beutel von der Seite. Oh, da ist... Ja, da ist... Ja, da ist... Ich hab auch die übrig gehört hier in der Kierkompus und zack... Ja... Was bei ihnen? Ich erinnere mich beim nächsten Boss nochmal an die Verderbzeiten. Ach, darf man die hier bei keinem Boss nehmen oder so? Ja, dieser blaue Knopf, der lacht mich an die ganze Zeit. Drück mich, drück. Ja, drück auf die 4, drück auf die 4. Es ist die 8, gut grad ne. 2x4 ist 8. Ja, da hab ich aufgepasst in der Vorschule damals. Gibt's ja keine Kiste? Nichts? Was? Habt ihr nicht gelootet? Was ist der los? Ich weiß gar nicht. Kann man selber looten oder was? Da ist ja eine Kiste. Ja, man muss... Was? Selber looten? Ja, ich seh's da hinten. Ja, das ist krass. Ja, das ist ziemlich krass. Da muss man jetzt draufdrücken. Hat sich rausgezahlt wird das 4er Relikt. Ach so, aber doch nur einer. Ich dachte jetzt sind alle drückt auf einmal. Ein 4er Relikt. Du hast jetzt nicht nur einen gepultet, oder? Ja, ich dachte... Das ist ja los. Ich dachte, wir können... Der Kunde muss schon poolen, weil der Welch da nix macht. Warte, ich komm. Komm ja da da. Boah, Mist. Ich hab den Unsichtbaren wenigstens rausgeholt. Das ist gut. Schon noch mehr. Genau, arbeitet jetzt mehr mit Schildwahl und so Zeugen. Ja, ja. Ja, ja. Hab ich mich ausgerüstet. Ja, ja. Ja, ja. Nein, das ist doch nicht. Ach ja, das ist doch nicht. Ach ja, das ist doch nicht. Hehehe. 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 Ich warte, bis der Schildweil im Shop im Angebot ist. Ja, dann, ja. Komm, was ich meine. Hehehe. 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 Schluß jetzt. Du bist jetzt der Fokus dieser Unterhaltung plötzlich geworden. Hehehe. 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 Okay, jetzt kommt diese Sequenz, ich kann mich schon erinnern, wo ich dann gleich die Hunde alle pull. Hehehe. Hehehe. Oh, wie cool. Hehehe. 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 Diese Taste ist überhaupt noch ein paar... Wo, wo willst du denn das? Einfliegen oder so? So kurz mal Schleicherkennung hier. So, wo ist der Vogel? Da ist der Vogel. So, hier ist der Vogel, alles klar, den hole ich gleich mal raus. Alter, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich gehe langsam. Also ich habe nichts gepullt. Ich habe alles gepullt, okay. Oh my god. Obwohl, vielleicht war es auch mein Rabe. Ja, ja, das war der Rabe, klar. Ich bin beruhigt. Zur Not. Ja, sehr gut. Schöner hier. So. Tschüss, ihr ist. Tschüss und... Ja, vor allem ohne Scheiß auf meiner Einfügend, dass dir passiert genau gar nichts, wenn ich das drücke. Ich muss jetzt kurz mal nachschauen. Das ist schade. Boah, scheiß Wunden. Na ja, kannst du auch mal durch die Kelebaser so durchziehen, dann kriegen sie noch mal extra schön. Das ist ja ganz geil. Also wenn sie dann mal da ist. Jetzt zum Beispiel. Ich muss echt kurz mal schauen, wo diese Steuerung da ist. Das gibt's denn. Ich muss echt kurz mal schauen, wo diese Steuerung da ist. Das gibt's denn. So, wie die Dinge pullt. Ja. Ups. Ja, aber ist Tomatisch gerade selber gepullt, oder? Ja, die pullen sich immer selbst. Alter. Was ist los? Ich hab dich eh kalt. Naja. Ich mich auch. Haha. Bisschen. Haha. Mach ich auch mal nicht mal. Na gut, dass ich dann frei war. So. Ja. Das ist alles feine. Wir haben eigentlich immer noch alles. Oh, was ist da los? Ah, da hinten ist noch was. Wir haben uns einen Wolf im Eck. Der Wolf im Eck. Da wird die 20 Gold drauf. Jaja. Qua? Was ist da los? Warum? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Da. Da ist er. Ja. Wo ist ein Walk-On? Waaah, nimm den Wolf auf. Waaah. Der hier gegen die Wand läuft. Und... Hehehe. 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 Bam. Jetzt kann ich eigentlich mein Pad wiederholen. Super. Voll gut. Hehehe. Scheiß Info, ja. Alter, gibt's eine Suchfunktion. Ha. Walk-Mode. Warp-Mode. Ja. Ja. So, grad mach ich hier ne kleine Wasserkunde. Viel Spaß dabei. Überhaupt mal. Oh, ja. Warte. Ja. Warte kurz. Ups. Oh no. Man. No. Einfach ran. Der resettet ja, ne? Oder nicht? Ja. Passt doch. Okay. So wie immer. Thanks. Ja. Rabenpull. Achtung, ne? Keine Verderbte. Alle Verderbte, ne? Oh. Oh oh. Oh oh. Kann man da eigentlich, da muss man Schaden stopp machen oder so, gell? Irgendwas war da. Nö. Ich muss mich dann einfach... Dann muss man nur weggehen. Aber du darfst nicht, wenn er Trick sagt. Wenn er irgendwas macht. Kommt her, Kinder. Ich zeig euch einen Trick. Dann soll das doch nicht mehr sein. Genau. Zweifels. Anders ist boom. Trick 17. Ja. Und der hat jetzt neuerdings neue Sachen, die er... Kann jetzt in der Bubble werfen? Hast grad gesehen. Der aber cooler Typ. Wack. Der hat auch neue Skills gekriegt. Dem Level. Ja, ja, ja. Der hat auch gelevelt. Ja, also der ist ja weg. Ah, super. Helah. Ja, cool. Warte kurz, klar. Hier kriegst du mal ein bisschen was ab jetzt... zack, zack. So, sicher nicht der Einzige, Alter. Der Pürbel ist drüber, der ganze Zeit versucht ja den Vogel da loszuwerden. Was mit dem Vogel? Der versucht den irgendwie über loszuwerden, haut immer so. Hau ab hier, so eine lästige Fliege haut und da. Wenn er kickt, er zieht immer überall nur über hier. Er kickt aber nur gegen. Können wir doch mal mit Jack in die Grube machen. Ja, danke. Toll. Grube, den Feuerding. Feuertag. Der riecht da durch. So, gleich läuft er weg. Da ist er jetzt. So, jetzt. Tschüss. Ich hab auch mit dem Hintern, der ist ja ganz schön gelaufen. So, der Hardboot ist jetzt auch ein bisschen anders. Okay. Muss beide gleichzeitig um. Ah. Oh, verdammt. Ich müsste jetzt Anti-Stunt verteilen, aber ich hab keinen drauf. Scheiße. Ja, einmal verteilen und in 30 Sekunden muss er liegen. Ja. Naja, ich verteil's am Anfang einmal. Damit ihr nicht gestunt werdet. Weil ich hab's nur für 30 Sekunden drin. So. Kann das gehen. Okay. Und was machen wir zuerst? Näääääää. Aber die, 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 die Quark vom Reinen. Das muss uns als eigentlich lieber haben. Das wirst du heute nicht. So, dann muss auch da. So. So, Trick, weg. Ich hab von 10 Sekunden müssen geschehen. Oh, ich hab von der Zeit genommen geschehen. Was geht's? Nix. Das ist cool. So, da muss ich ein bisschen Schaden kriegen, genau. Oh, danke dir. Einfach mal so, Silent-Einbrecher. Ja, in dem Moment sagst du's, aber das ist cool. Das ist geil. Okay, ich warte mal mit dem anderen. Oh, da kann ich aber nicht casten. Danke, tschau. Oh, ich lass mich hier schieben. Ich hab hier wieder schieben drauf gemacht. Ein bisschen mal stärker wahrscheinlich. Ja, ja, doch. Oh, Mann. Der Scheißkerl. Kann er nicht auf meinem Tab bleiben. Danke. Oh, warte, jetzt kriegt der Schieß um uns. Sack. Einfach umhauen jetzt den Scheiß hier. Ja, passt doch. Das war ein schönes Finish. Ja, passt doch. Fade mich, fade mich. Fade mich, fade mich.